Natürlich ist mein Kopf auch viel mehr, viel verwirrter und viel mehr, viel chaotischer als in meinen Texten. Aber ich glaube, das ist so eine Version von mir, die ich gerne öfter wäre. Hi, hier ist Elgen Nuh, ihr schaut Diffuse Magazin und ich rede heute über mein neues Album, It's All Happening. Wie kam es dazu, dass du deine Platte in L.A. gemacht hast? Ja, es ist irgendwie eine längere Geschichte. Ich habe, glaube ich, auch noch nie wirklich den wahren Anfang der Geschichte erzählt. Es war klar, dass ich dieses South beispiele, aber ich wollte eigentlich schon länger immer nach L.A. und ich war 2019 auf einem Konzert und ich weiß noch, wie alle meine Freunde mir abgesagt haben und ich bin alleine hingegangen und dann habe ich da eine Person kennengelernt, die jetzt eines meiner engsten Freunde geworden ist. Sarah heißt die Freundin von mir und wir haben uns an dem Abend kennengelernt und dann eben noch zwei andere Leute aus der Band, Adrian und Marianne, hatten in ihrer Band gespielt und dann haben wir so einen ewig langen Abend gehabt in Berlin, waren so, du musst nach L.A. kommen, du musst nach L.A. kommen. Weiß nicht noch, habe ich die Flüge gebucht und war dort und alle drei waren so, du bist wirklich gekommen, du hast nicht nur gelabert. Das hat mich auch die ganze Zeit eigentlich über ein L.A. begleitet, also natürlich war die Stadt total faszinierend und ich wollte schon voll lange hin und ich habe mich echt so darin so verliebt, aber es sind schon immer auch die Leute und die Freunde, die um mich herum sind, die solche Erfahrungen und solche Städte ausmachen. Wieso kam dafür kein anderer Ort in Frage? Ich war einfach nur so, ich wollte dieses Momentum da irgendwie auffassen, das Gefühl, was ich dort hatte und wo ich die Songs auch geschrieben habe und jetzt bin ich voll froh darüber, also jetzt auch, wenn ich das Album anhöre, ist es für mich eher wie so ein Fotoalbum angucken. Es ist so, ich bin voll froh, dass ich die Gefühle, die ich dort hatte und dort geschrieben habe, auch dort so eingefangen habe und die jetzt einfach auf dieser Platte sind für immer. Wie lief so ein Studiotag in L.A. typischerweise ab? Also man musste um zwölf da sein, um 18 Uhr war Feierabend, circa eine anderthalb Stunden Fahrt runter zum Studio muss eingeplant werden. Also ich war dort mit Max Barth zusammen am Bird. Das heißt, wir sind so gegen acht, neun aufgestanden, haben irgendwo uns einen Smoothie reingefahren oder einen Green Juice und einen Bagel gegessen und dann sind wir schon ins Auto gestiegen und losgefahren, runter nach San Pedro eine Stunde lang. Also jeder Tag war unterschiedlich. Man saß im Studio und hat versucht, die Songs bestmöglich zusammen zu arrangieren und zu schauen, wo wir hinwollen. Ich glaube, am ersten Tag hatten wir so ein Gespräch, wo wir uns darauf geeinigt haben. Zu dritt, also Max, John und ich waren so, wir lassen alle Egos aus dem Raum. Die bestmögliche Idee ist die Idee, die es wird. Und so haben wir es auch gemacht und da bin ich auch voll froh drüber. Wie würdest du deinen Sound jetzt beschreiben? Wenn Leute mich fragen, was machst du für Musik, sage ich meistens irgendwie Gitarrenmusik oder Softrock, Folkrock, Alternative, Indie. Keine Ahnung, ich sag halt, ich singe und die spielen mit einer Band. Nicht mehr so Slacker. Ich glaube dieses Slacker-Ding, to be honest, ich denke jetzt immer wieder drüber mehr nach. Ich glaube, das wurde mir einfach nur so ein bisschen aufgetitelt. Was lag einfach daran, dass ich Anfang 20 war und gerade versucht habe, was ich machen möchte. Machst du dir Gedanken, wie dein neuer Stil ankommt? Ja klar, also einfach, weil die Songs auch ruhiger sind und nicht mehr so, die sind schon auch energetisch, aber auf eine andere Art und Weise. Es ist jetzt nicht mehr so diese Rockshow, sondern ich bin eher so, ich mache einfach Musik, die ich wirklich selber auch gerne hören würde und das war auch so die Challenge, die ich mir mit dem Album gesetzt habe. Ich will ein Album machen, was ich selber gerne anhören würde und ich glaube, es ist mir gelungen. Ich hoffe es. Was steckt hinter dem Song Sweet Thing? Ich glaube, ein Teil von mir wollte auch irgendwie die Bedeutung von dem Song ändern und ich mache das auch oft mit Songs und ich glaube, viele Künstler machen das mit Songs und ich glaube genau, dass ich auf jeden Fall Teile davon schon über so eine Person geschrieben hatte, aber dann später war ich so, actually, ich will eigentlich gar nicht, dass es um diese Person geht, sondern es geht glaube ich mehr um das Gefühl und vielleicht ja auch irgendwie um dieses Auto und die Orte, die ich dadurch entdeckt habe. Hat das Auto eigentlich auch einen Namen? Ja, es hieß Benso einfach. Bei Benz, Mercedes Benz, Benso, Benso, keine Ahnung, ich habe es einfach Benso genannt. Inwiefern hat Elliot Smith das Album inspiriert? Ich liebe Figure Eight und XO, aber auch eigentlich alle anderen Alben und dann war ich so, okay, ich will schon irgendwie so eine Hommage an ihn auch. Sagt man das so? Habe ich das komplett falsch ausgesprochen? Nein, okay. Aber ich muss sagen, über das ganze Album verteilt sind so viele kleine Referenzen zu MusikerInnen und Songs, die mir wichtig sind oder wichtig waren zu dem Zeitpunkt, aber wahrscheinlich sind. Manchmal sind es nur Wörter oder auch Songtitel, man muss aber wirklich, glaube ich, tief drin sein, aber ich glaube für diepe Jeff Buckley Fans und wird auf jeden Fall was dabei sein. Wie würdest du dein Songwriting beschreiben? Ja, wahrscheinlich denke ich es so. Es ist einfach so, ja, es sind einfach meine Tagebuchnotizen, meine iPhone-Notizen. Alles, was nicht zu crazy ist, schafft es dann in die Songs rein. Natürlich ist mein Kopf auch viel mehr, viel verwirrter und viel mehr, viel chaotischer als in meinen Texten, aber ich glaube, das ist so eine Version von mir, die ich gerne öfter wäre. So sehr in mich gekehrt und wie ich die Welt wahrnehme und die schönen Sachen vom Leben, ja. Wieso heißt dein Album It's All Happening? Weil das ein Satz ist, den ich einfach super viel gesagt gekriegt habe und den ich mir auch selber gesagt habe und den ich auch selber immer verwende, um mich immer so ein bisschen daran zu erinnern, wo ich gerade bin und was ich gerade mache und was ansteht und was ich vielleicht auch schon erreicht habe. Wie gehst du damit um, dass die L.A. Zeit jetzt vorbei ist? Ja, es ist ein schwieriger Umgang, wenn man irgendwie so melancholisch und nostalgisch veranlagt ist wie ich. Irgendwie ist es so ein bisschen komisch, auch jetzt in den Interviews so viel über diese Zeit da zu reden, weil es jetzt einfach auch schon wieder ein Jahr her ist. Also ich denke natürlich jeden Tag daran, auch dass ich es vermisse, aber ich versuche nicht zu sehr, gerade daran zu hängen, weil die Zukunft ist so viel heller und es wird noch so viel passieren in meinem Leben hoffentlich. Warum hast du ein eigenes Label gegründet? Warum mache ich das? Weil es keinen Plattenvertrag gab, der mir angeboten worden ist, wo ich so war, das will ich zu 200 Prozent machen. Es war einfach ein krasses Commitment und ich glaube ein Major-Label hat vielleicht nicht so krasse Interesse an mir. Und die Indie-Labels, es gibt viele coole Indie-Labels, aber es gab jetzt keins, was so richtig zu mir gepasst hat. Ich will jetzt nicht komplett ignorant sagen, aber man muss halt einfach wieder super viel von seinen Rechten abdrücken. Im Endeffekt, dass man dann halt irgendwie einen Vorschuss kriegt, der mir vielleicht nicht mal so lange reicht, wie ich möchte. Und dann habe ich nicht mal so viel Kontrolle über das, was ich eigentlich mache. Aber man macht dann quasi, man versucht dann zu imitieren, was so ein Label macht und baut sich eben das Team um sich herum quasi auf. Und jetzt ist es auf jeden Fall wahrscheinlich chaotischer und es gibt mir auf jeden Fall keine finanzielle Sicherheit, das selber rauszubringen. Aber ich weiß zumindest, dass ich die komplette Kontrolle über alles habe. Worauf freust du dich jetzt nach dem Album-Release? Dass es endlich draußen ist. Dass es nicht mehr so mein Baby ist, sondern dass die Leute das selber anhören können. Und ich hoffe einfach, dass es die Leute am richtigen Zeitpunkt erwischt und dass sie sich verstanden fühlen damit. Oder wenn nicht, vielleicht irgendwie einen Einblick, einen anderen irgendwie Einblick kriegen. Ja, ich freue mich einfach, dass es dann endlich draußen ist.